Guten Tag, mein Name ist Ole Wurz von der Firma Taspas. Sie haben sicherlich einen Staubsauger. Klar. Stell sich an, wenn ich dich tuze. Nein, Ole. Ole ist mein Name. Ole, super. Ole, willst du was essen? Entschuldigung, meine Damen. Nein, ich habe schon gegessen. Okay, was trinken? Kaffee? Ist auf jeden Fall wahnsinnig lieb, dass ich zwei Tage mit dir mitsehen darf. Weißt du, als Schauspieler groß rauszukommen, das ist echt hart. Aber es lohnt sich. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht. Teddy, man. Teddy, 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 Teddy. Man, darauf muss ich jetzt mal richtig gut vorbereiten. Richtig, richtig gut. Wie lange machst du das jetzt schon? Schon eine Weile. Wir kommen die Leute jetzt schon gar nicht. Bis zum nächsten Mal. Bei mir liebe ich mir. Bei mir. Da geht's los, was seitens. Da geht's. Da geht's los.